Ich hatte ein super Gespräch mit dem Manager und dem Trainer. Die haben mich vollkommen überzeugt, dass das hier der richtige Schritt ist. Wenn ich mich jetzt hier umsehe, sind Top-Bedingungen. Ich bin wirklich bei einer Top-Mannschaft gelandet und das war mein Ziel. Jetzt bin ich einfach hochzufrieden, hier zu sein. Wir werden sehen, was passieren wird. Ich brauche zuerst, um hart zu trainieren, um eine gute Präparation mit dem Team zu tun. Und danach werden wir sehen, dass ich lernen muss, um die Kampagne zu adaptieren, um das Level zu adaptieren. Und danach werden wir sehen, was passieren wird. Kein Problem. Ich freue mich, hier auf dem Platz stehen zu dürfen und VfLer zu sein. Ich würde gerne so viele Einsätze wie möglich mitnehmen. Ich lasse alles auf mich zukommen und gebe einfach Gas. Dann werden wir sehen, was passiert. Ich habe bei Olaf meine Wünsche ausgesprochen und er gibt richtig Gas jeden Tag, um das alles auszufüllen. Wir sind auf einmal gut weg. Aber meine Wünsche sind für ihn und nicht für die Öffentlichkeit. Heißt das, da stehen noch ein paar Namen drauf, die er noch nicht festmachen konnte? Ich denke, dass in moderne Fußball bis 1. September weiß man nicht was passiert. Luxemmjm! Du. Du. Ich glaube, es war unser Jude. Je habe nichtsISH Dörbs. Untertitelung des ZDF, 2020